ja aber nix gesehen ich hasse herrscht was schön und so nein da war noch mal einer das war da gar nicht das war da oh man das war der zweite ja garage ja 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 auch quatsch er achtung achtung er kommt er kommt er kommt 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 Ah, ich bin tot. Ah, ich bin tot. Ja... Ui, yeah! Hefford... Pow! 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 Jetzt hab ich nicht gesehen, wie viele Abschisse ich hab' ihn gehabt eigentlich. Fünf, weil ich mit Schreiben beschissen hab. Fünf und neunzig. Fünf neu irgendwas. Five zero! Bist ein Killer gewesen. Das war alles Glück. Das ist so blöd sein, wenn du meine Fallen reinrann. Das war Wahnsinn. Das war Wahnsinn. Also ich hab von der Kamera vor oben zugeschaut. Rechts rein, längs rein. Dann kommt der Ander, blitzt. Aber ich hab schon gedacht, Oleg, jetzt bist du hier blitzt, jetzt ist es vorbei. Dann fällt der Blitz um, dann ist der Ander hinten umgefallen. So, yes! Naja, das war schön entlang gezogen. Hey, ein Blitz... Auf dem Blitz visiert und dann so recht rüberzogen. Genau zum Andern hin und dann... Alle beide wegmacht. Ohhhh! Killer! Warum... Warum kann man da manchmal nicht einfach diese Dinger da machen, ey? Die Sprengfallen. Ohhhh, Sprengfallen! Ich soll euch... Ich soll euch sagen... Ähm, mach ich... Sorry, ich sag denen sorry, weil er geschrieben hat... Weil ich geschrieben hab, äh... Seile und Seite gehören zu meinem Tod, ne? Weil der geschrieben, sagt denen sorry, ne? Und dann hat er noch geschrieben, Reisbauer gehört zu mir. Was, Reisbauer gehört zu ihm? Gehört zu ihm, ja. Oh, ne... Entschuldigung, aber der Reisbauer... Der Reisbauer war halt wirklich ein Arsch, oder? Äh... Er hat damit angefangen, hier. Ja, eben. So, ich würde dem Scheiß hier nicht anfangen. Ich hab jetzt drei Drohnen weggemacht. Da rennt noch eine. Da rennt noch eine, ja? Wo hinten rennt sie denn? Ja! Boah, fast auf meinen Fuß geschossen hier. Das war einfach ne gute Schuss. Glaub nicht, ey. Fast meine... Oh, fuck. ...mein großen Zeh wegmacht. Ich seh nix. Komm, ist das schon, oder was? Ich seh immer noch nix. Oh, wo liegt denn da schon? Oh, schon tot. Ich bin tot. Fuck. Ich wollte jetzt C4 werfen. Buck ist oben. Von oben hat sie runtergezahlt. Und an der Treppe war auch noch... Wie schnell sind die da jetzt hoch, ey? Fuck das. Aber die sind alle da an der Treppe zu dritt. Alter. Ja. Ich hab aber nix gesehen. Das gibt's doch nicht. Ich hasse Herrfahrt. Die rennen da rein wie die Irren, ey. Was haben wir denn für Gegner überhaupt? Dauerfeuer. Wurscht. Das hat er mich natürlich gesehen hier. Wart noch. Ich bin da klein im Arsch hier. Wie so ein 18. Wartet. Ich hab einen. Ash. Ash. Stürm. Stürmt oder was? Nein. Jetzt kommt's von der Hauptzüge auch noch. Buck kommt. Mach die Kamera weg. Scheiße. Ich komm ja nicht raus. Er ist im Kinderzimmer drüben. Er hat nur ein HP, wenn ich weglaufe. Backe du aufs Dach. Geht richtig mit dem Runzo. Töte den. Apfelsaft. Schön Runzo. Jawoll. Jawoll. Das ist der Apfelsaft. Das ist der echte Apfelsaft. Apfelsaft. Das passt schon wieder Zeit. Der kommt jetzt von rechts von der Treppe. Schön. Lassen liegen. Jawoll. Sehr schön. Ihr Killer. Wuuuh. Touchdown. Ich hab auch schön weggemacht. Sehr schön. Sehr schön. Ich muss natürlich gleich mit als erstes drauf gehen. Ich wollte da nur eine Falle hin tun und schon geht's rund. Nur eine kleine Falle. Weißt du, der Apfelsaft war bei uns. Ja, der war bei uns. Ja, ja. Wer war das am Schluss noch? Wer dabei war? Der Apfelsaft. Der Apfelsaft? Irgend der Apfelsaft. Du und der Apfelsaft. Du und der Apfelsaft, ja. Der Apfelsaft. Der Apfelsaft. Der Apfelsaft. Der Apfelsaft. Der Apfelsaft. Der Apfelsaft. Ich ein Apfelsaft. Gibt's eigentlich sowas wie Widgets beim Ding oder gibt's da einfach nur die eigenen? Also Widgets gibt's nein. Also du kannst ja schon so eine App Ovilona, wo du halt dann deine eigenen Ikons zusammenstellen kannst. Und und und. Mhm. So. Okay. Auch ganz oben. Kelle ist ganz oben. Ja, du kannst dann schon, wenn's dann, äh, äh, Bildschirme hertast, ne? Normale. Normale. Und dann ganz nach links wischen, ne? Also auf die linken Seite. Dann, dann. Dann hat man halt so Nachrichten und das ganze Zeug, das kannst du individuell da machen, ja? Das weiß ich schon. Genau. Da kannst du dann Nachrichten, ähm, also deine SMS-Nachrichten. Ja, genau. Ja. Ja, es ist eigentlich schlecht, eigentlich. Ja, stimmt schon. Ja, das ist voll chilliger. Chill. Chill. Ah. Ich mag jetzt nicht gleich wieder sterben, hey. Auf Rang, ab wie Sau und auf Locker. Das kenne ich irgendwo her, wie früher. Ja, genau. Wie, wie, wie so die, die ersten zu DLCs. Ich kann halt als Thatcher nix aufmachen, das ist so affig. Weil die halt, du hast halt immer einen, der da mitkommt. Ja. Oh, Apfel saft ist ja. Keiner ist dabei. Oh, Apfel saft. Ist da einer? Hast du markiert? Von dem Fenster? Ne. Ich scanne. Aber da muss einer sein, ich höre. Hören. Ich höre. Seitig. Du hörst ihn? Ja. Da ist definitiv einer in dem Raum. Okay. Siehst du? Mhm. Ich schieße raus. Ich habe halt einmal Granaten. Ja, ich habe eine Granate. Ja. Okay. Haben. Haben. Ja. Aber wir müssen ihn natürlich auch haben, ne? Warte mal. Da ist noch einer. Ja. Ich fahr mal Drohne hoch. Jetzt ist umgekämpft, das passt. Ja. Oh, fuck, fuck. Achtung, Achtung, Achtung. Wo ist er? Der kommt, der kommt, der kommt. Hab ihn. Ja. Ich bin tot. Da hat er dich noch. Scheiße. Ja. Der wusste nicht, dass du da noch bist. Weißt du? Das war schon ganz gut. Aber komm. Der Regal. Egal. Ist ja wurscht. Egal. Habsach gewonnen. Habsach gewonnen. Habsach gewonnen. Uuuuuh. Hab gehört, dass du noch eine Ruhm geschießt hast. Ich nehme jetzt mal einen schnellen Bandit. Einen schnellen Bandit. Ich hab das IQ genommen. Ja, ganz schön schnell unterwegs. Die IQ. Das ist ja billig. Das ist ja billig. Guck mal, billig hier. Ehm. 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 Das sieht gut aus. Oh yeah, das hat gut aus. Der Raum, der sieht hervorragend aus. Dann kann ich den Strom zugleistern. Na, fleisch doch mal. Mach den fleisch da. Mach eine oben zu. Soll ich hochgehen? Du bist der Drohnenmeister. Alter. Da stehen halt so viele Teammates rum. Warum macht der da zu? Drei. Warum macht der hier zu? Sonst kannst du nicht anfangen. Ist der dumm. Es bleiben fünf Sekunden. Gerät wurde aktiviert. Überall kann er zumachen. Überall kann er zumachen. Aber nicht über zum Beispiel. Könnt er zumachen. Aber nicht diesen Raum. No way. Ich mach hier wieder auf. Ich mach die wieder auf. Ich mach da wieder auf. Mach da wieder auf. Der hat mir jetzt gerade schon so umgeschaut. Wir haben uns den Kopf geschlittelt und die ist wieder weg. Und dann bin ich wieder hinter. Ich hab keinen Fall, bro. das schafft eine lektion haupt oder apro am angeschossen zu kommen immer weg vom keller oder doch komme ich mein gott garage draußen garage ist aufgeregt gar nicht irgendwas ja garas ja einen draußen an der garage da war nur ein zweiter so geht das ob diese bläser was geht was geht die kameras keine mehr nichts zu sehen abgarage wieder zu machen oben oder was ich bin oben bei mir ist nix die sind nämlich beim ding da wo der andere wieder zugemacht hat bei mir nein bin ich schlecht direkt eine treppe naja ich habe es nicht schaut und dann schnell zur treppe und da war ich komme da scheinbar nicht durch ihr müsst es machen was die kommen weine ja fuß kommt reppler oder der ist markiert noch mal direkt jetzt im oberen raum vom kinderzimmer aber da wie zugemacht hat der fuß jetzt vorsichtig der fuß rein das ist das große rückwärme ganz weit weg jetzt hier zu treppel schauen oder keine kamera oder setzt sich langsam das gesicht ein gegner übrig das war jetzt auch immer noch um ja und so bleibt da muss dann eh runter zu die hochgehen bleibt da der muss herunterkommen ich habe zugemacht habe ich auch schon weg gemacht außer hibana aber jawoll gehört gehört in dem moment habe ich gehört ja das runterkupft ist mehr kopf geht nimmer hier mehr kopf gehen und bin letzter schatz mit solchen aktionen ist mein letzter genau das allerletzte